Stark wie Stahl Weil das auch männlich ist Okay, der war drinnen Ey, cool Kamera heißt, würde ich auch gleich fallen, ne? Weil es ist ein anderes Tape Eins, das du noch nie gesehen hast zuvor Und es hängt das Programm Und keiner weiß wieso Scheiße, Mann Jetzt kacken wir den ganzen Schrott hier ab Und die restlichen drei Stunden Anführensatzt Okay, Tag 2 Ähm, Tape 2 Das war ein Dummy Ich würde niemals in ein Auto steigen, das nur gesichert ist mit Tape Aber kennst du schon das Tape Das klingt ganz witzig Das Ding ist, du bist ein Mann Mann Das war ein Dummy Ich würde niemals in ein Auto steigen, das gesichert ist mit Tape Aber kennst du schon das Tape Dass du stark bist wie Stahl? Ja, perfekt Stark wie Stahl Hups Äh, löschen Nie gesehen hast du vor Es heißt Fiberfix Es ist ein permanenter Fix Wie wenn du deinen Hund heilst Es gibt kein Zurück Ein diversifiziertes Aktienprotokoll Welches sensibel und doch aggressiv genug ist für ein positives ROI Weil das auch männlich ist Ein schnelles Fiberfix rettet Es sei denn, du hast dein Kulturer für ein Bigscreen-TV-Decke mit Nackes, Hütter und Furz Du kannst deinen Heimdecker und ein... Sorry Roy Hier hast du ein Taschentuch Sorry Programm Du bist gerade abgekackt Fuck Back, back to life Ja, es macht unglaublich viel Spaß Aber man muss einfach sagen, dass meine Stimme nicht ganz drauf passt Ist aber egal, weil ich mir das Programm ausgesucht habe Ich meine das, äh, Projekt Und das hau ich gerne raus Und deswegen ist mir das auch scheißegal, ob ich wieder klinge oder nicht Ich meine, das Programm soll nicht hängen